Hallöchen, hier zu einem weiteren Rennen bei Grand Rosmo 7 mit dem Ford Focus RS 18. Mit den Einstellungen geht es wieder ins Rennen und zwar zum Clubman Cup 700 Daytona Straßenkurs. Vier Rühnchen mit anschließendem Replay und schon geht es los. Ich wundere mich jetzt nur gerade über die Vierbunden, warum das nicht immer stimmt. Beide noch so, die Koffel nicht. Echt? Ich meine, ich das werden immer 5 gelesen. Na ja! und dann sollen wir ihn doch nach oben und dann sollen wir ihn doch nicht mehr zurück und dann sollen wir ihn doch nicht mehr zurück Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020